Hallo, mein Name ist Stefan Weigelt, ich bin Steuerberater und Erfolgsstratege aus Deutschland und ich habe gerade Eva-Maria Müller auf der Bühne hier in Südafrika gesehen. Man glaubt es ja nicht, dass jemand, der über Bücher schreiben spricht, so interessant sein kann, das ganze Prozedur von A bis Z super interessant dargestellt hat. Also wenn ihr mal jemanden braucht, der professionell euer Buch nach vorne bringt, damit ihr eine gute Reputation noch habt, Eva-Maria Müller ist definitiv die Richtige und Beste für euch.